Ab jetzt läuft Aufnahme, also... Wie man es tun sollte. Oh, das war richtig intensiv. Also ich glaube, wie man es machen sollte, wird das jetzt mal hier? Ja. Ich mach. Und dann müssen wir jetzt verlieren, das wär so nice. Wie man es nicht tun sollte, dann am Ende so. Warte kurz, ich hab Lachs, ich hab Lachs. Oh, die ist blau? Nee, rot, oder? Guck doch auf sein Auto. Dein Auto ist blau. Du bist blau, weil du betrunken bist. Oh, die sind geschlagen ab. Sätze, die man nicht sagen sollte. Alle springen da wie die Kängurus rum, Alter. Hüpf, hüpf, wir sind hier nicht bei Super Mario oder so. Hauptsache der... Was macht denn ihr? Torita! Das ist doch gut. Nein, wir brauchen gar nichts nach, Alter. Das machen die für uns. Nein, zu spät. Ja, komm lieber aber vorher. Genau, Splash. Splash, Splash. Ich hab ne Wasserpistole. Ja, hau ihn selber rein. Ich hab ne Wasserpistole. Spritz, Spritz. Spritz, Junge. Einfach nur Spritzen. Wie so ne Slange aus Italien. Das war's nicht. Das war's nicht. Flo. Das war's nicht. Flo, komm. Hol dir den Wodka. Du kriegst keine Flasche Wodka, wenn du verlierst. Du kriegst keine Flasche Wodka, wenn du verlierst. Du kriegst keine Flasche Wodka. Ja. Hauptsache mit Drehung über Flo drüber. Was wird das? Warte. Hört in der Aufnahme gar nicht. Flo, komm, komm. Was machst du denn du? Warum drehst du wieder weg? Hier wartet nur einer. Das finde ich nicht schon, hier kannst du nicht lesen. Ich stand vor dem Tor, du Lappen. Ich hab mich gerade in den Zug gerade vom Torpfosten gewickelt, aber... Halt, wütend! Macht er. Nichts. Komm, Chris. Den musst du haben. Schade. 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 Da vibriert eiskalt das Dildo-Gefühl in mir. Egal, wer mich gerade blockiert hat. Das nächste Mal reicht's. Echt? Ja, jetzt klaut mir auch noch ein Boost hier. Ein Bums? Ja. Ja. Jetzt komm hier. Komm da, komm da. Da ist er, da ist er. Oh, Fail. Beide zu spielen. Mach mir den Kirschbaum, los! Mach mir den Kirschbaum? Deine Arm spielen! Nein! Nooo! Wenn du das... Nein! Da war nicht meine Schuld. Ich wäre über dich drüber und den Ball rein. Nein! Tröge ich, war nicht meine Schuld. Nein! Haben sie mich. Oh, Easy! Easy! rap mir einen vor. Rap mir einen vor, was ist denn los bei dir? gegen Aids Komplexen. Komm Chris, hier, Chappie. Erstmal ein Lied vor Speed. Ja. Habt ihr gesehen, Most Wanted ist gratis, ne? Und, 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 und. Nice. Strip Alarm. Hihihi. Wie man das machen soll. Ja, mach dir doch weg. Das ist doch Michael Jackson, alter. Nein. Michael Jack. Michael, äh, wer hat? Chris, Max. Ja, Hauptsache das Spiel statt. Flo, Ostern. Ich hab den Ball, ich hab den Ball. Danke. Das hab ich gebraucht. Den Rückwärtsgang, den brauch ich immer, ey. Punkt. Meint ihr nicht, bei 3 gegen 3 sind zu viele Autos da? Max! Und da macht der Flo auch mal ein Tor. Komm, dafür gibt's einen freundlichen Hilf. Hihihi. Da kam es auch. Da kam es auch. Ah, komm zur Belohnung, gibt's dann. Gibt's auch noch nen Sieg durch Niederlande. Feiert der Gegner uns gerade an. Hihihi. So, jetzt möchte ich das ja noch einmal neu. Hihihi. So easy, so easy. Hihihi. Wie man's nicht tun sollte, wenn man verlieren will. Hihihi. Ja, komm, weil der Flo dann auch den Siegestreffer gemacht hat, gibt's dann ein doppeltes Hihihi. Und, Alter. Und noch mal. Na ja, klar. So lange bis Lukas fertig ist. Aber noch mal, ja? Christ muss Tor machen. Ja, Christ muss End Tor machen. Ich und der andere. Lieben mich. Oh, oh, oh. Nein, da war der Christ der Player hier. Harter Playboy in Rocket League. Der Splash, Alter, ja. Ja, der Splash. Spritz, Spritz. Ich hab ne Wasserpistole. Nimm dich in acht. Ich hab kleine Legs, ja. Kleine Legs. Ja, du hast Legs. Lass machen, lass machen. Hohohoho. Nice. Bekastbar. Die goldene Torschütze. Irgendwie ja schon, ne? Wie lange ist Lad? Ja. Aber ich glaub, lädst du gerade Rocket runter? Ich weiß nicht, dass das lädt. Nein. Ich mach, ich mach, ich mach. Nice, ich hab Ball. Wie Casper jetzt sagen würde. So perfekt. So perfekt. Alles. War der eigentlich gar nicht, ne? Wie? Was war Casper nicht? Was war das denn? Würdest du mir sagen, das war nicht Casper, sondern der Osterhase? Achtung, ich komm. So perfekt war das nicht. Nein, das war Chuck Norris. Du Wichser! Du kaltes Böscher! Kleines Böscher! Kleines Böscher! Spritz! Spritz! Führe den Osterhasen einmal spritzen. Ab! Komm, Chris! Dann die mal hinten. Nein, nein! Hau, nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Aber den Fränki hat's gemacht, ja? Fränkis können's. Einer bleibt immer hinten und das sprecht ihr ab mit. Ja, ich war vorne, schon die ganze Zeit. Ja, ich war auch vorne, aber ich brauch vorne die Leute nicht hinter mir oder neben mir zu fahren. Okay, Flo bleibt hinten. Ich hatte beide gehört, deswegen war er da vorne, ihr macht. Okay, immer derjenige der Mitte steht, der bleibt hinten. Ganz einfach. Immer derjenige der Mitte steht, der bleibt der hinten. Dann gibt's keine Diskussion. Dann waren auch alle mal dran. Und bevor wir jetzt weiterfahren, will jemand nochmal in Eis oder aufs Klo. Ah, da war's! Ich hab's nicht aufs Klo. Woll, der ist der Guide of Doom, Alter! Hau weg! Was versucht ihr zu drüben? Juhu! 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 Ich liebe Doom! Juhu! Juhu! Ich versuchte ihn zu kriegen mit einem Lobe! Juhu! 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 So, einer muss jetzt mit mir vorne sein, einer, uns einer. Ah, Flo. Du bist wie EKO beim, du bist wie EcoFresh beim Wrappen, mal machst du hier die geilsten Dinger und dann auf einmal kannst du wieder gar nichts. So wie er kommt, so ja. Sorry. Flo, Flo, Flo. Schön. Ich bin hinten, ich bin hinten. Juhu. Ich fliege. Komm, weg. Komm, machen. Ah, geblockt. Voll geblockt. Ich lade erstmal meinen Nitro, ich bin hinten. Hier. Der geht eh nicht rein, der geht eh nicht rein. Oder vielleicht doch. Allein. Der hätte reingehen können. Ja. Knapp. Voll die Ecke, Alter. Voll die Ecke. Auf Ostern. Nach vorne. Nach vorne. Mach mal. Mach mal den auf vorne. Mach mal den auf vorne. Nice. Double. Flo, wo bist du? Du. Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Ich fahre. Nein, im Spraum. Hier ist es nicht Flo, sondern hinten rein? Flo war mittel. Ich fahre. 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 Warum gehst du jetzt nach vorne? Ich glaube, der hat die Spielregeln nicht verstanden. Nee. Aber ich bin noch hinten, wenn ich hinten gebraucht werde. Ja. Du sollst aber immer hinten sein. Ich seh. Das war Chris seine Arbeit jetzt. Mal ganz ehrlich. Sind wir hier im Büro oder was? Ja, Digga. Ja. Dann bitte einmal hier den Fragebogen fürs Interview ausfüllen. Mach meine Aktenarbeit. Mach meine Aktenarbeit. Ach scheiße. Ist ja gay. Bitteschön. Komm weg mit mir. Ist mal geblockt. Ich fahre. Ich fahre wieder nach hinten, ne? Ach. Hauptsache ich schleudert Chris noch mal in ne Ecke nach oben. Los Flo, den haste. Mach den E.K. Hau. Flo. Na komm. Nice. Geht erstmal hoch. Und ich mach das Ding. Ich mein Gott. Guck mal da hier. Perfekt von hinten. Und nebenbei einen zerstört. Ich hab die Ferse gemacht. Ich schwöre auf mein Vaterland. Ja wer geht denn jetzt hinter? Ich bin Mitte. Also. Ich auch. Achso ja. Das ist egal. Wir haben das Spiel eh gewonnen. Nice. Hätte jetzt noch Tor werden müssen. Ja. Wertvollster Spieler. Wie man es nicht machen sollte. Wie man es machen sollte. Noch eine Runde bevor dann der Lukas dabei kommt. Irgendwie. Gewinnen wir jetzt nur, ne? Irgendwie läuft bei uns. Beim 4er mach ich aber nicht mit Leute. Wir sollten einfach die ganze Zeit aufnehmen. Ja und. Aber beim 4er mach ich nicht mit. Bin ich raus. Wieso dann machen wir 2 gegen 2. Ja. 2 gegen 2 das passt. Flo bis hinter uns. Warte ich weiß nicht. Lass Flo machen. Lass Flo machen. Ich verteidige. Immerhin. Schüss. Das macht nicht. Weillen. Ich steier auf das. Ne, das sind andere. Aber wir haben einen coolen Meister. Das ist ein deutscher dabei. Und der ist drin. Der ist drin. Der muss einfach drin sein. Der ist nicht drin. Ach scheiße. ist richtig genau durch die mitte jetzt kam der viel zu spät aber wieder also wir sehen hier wieder die rocket siegt männchen in ihrer natürlichen umgebung und das alpha menschen chris versucht gerade sein Revier zu dominieren aber auch mal bei der Karte das war derjenige der vorbeifährt alter ja komm tricky voll mit Absicht weil bist du auch vorbeigefahren aber nur so nebenbei weil er keine Hobbys hat LoL ist League of Legends aber wir spielen Rocket League Rocket wenn wir verlieren nenn ich's Floppet League na mach mal das Floppet League ja die sowieso Floppet Floppet ja weil die würde voll floppen wenn die anfangen würde ich mach dir mal so Floppet weil die kein kein Gamer ist deswegen yo ich hab ihn ich hab ihn ich sag noch ich hab ihn und Chris muss unbedingt das alpha menschen wieder raushängen lassen ne muss unbedingt dann noch springen siehste ich komm angefahren der sieht mich nein niemand da hinten ja ich bin noch hinten von hinten kommst du mal unverhofft oder so ja und ungeschützt bitte nicht shoppen ich hab einen Joghurt im Urkla sei in ernst alter vorne nach vorne lol er bugt das mal rum bitteschön spielst du grad 3 gegen 1 äh 3 gegen 1 oder was 3 gegen 3 3 gegen 1 nein was ist denn das der wurde gerade rausgemoved Lukas der hat sich wieder selbst gemoved nein nein ja dann keine ahnung du kriegst dein Handy du kriegst dein anderer ja ja dann kann er uns aber nicht mehr hören echt ne der hört uns dann nicht der hört nur über das eine weil sein Headset am Arsch ist jo vielleicht hat er zu lange nichts mehr sich zu lange nicht mehr bewegt ne er hat zu lange keinen Sound mehr gemacht er muss doch immer mal das läuft ja über die Soundkarte ja ne aber gerade eben auch weißt du der Ball kommt voll auf mich zu und äh statt Chris nicht den wegkicken lässt mach ihn noch ein Mann was soll ihn das ich bin ein schlechter Verteidiger ja guck dir das doch mal an ey ich dachte den Ball zu treffen schubst doch nicht komm den machst du Flo ach scheiße naja da war jemand ja hab ich auch gemerkt weißt du das nervt bei 3 und 3 da sind immer irgendjemand ja hier guck dir das an ey ich war da ja komm ihr seid beide da Mann ja hab mal ineinander gehakt so guck dir das an guck dir das an der stilte den Mann ja wir hören den ja nicht weißt du wenn wir den jetzt hören könnten oder und austauschen könnten ja da ist er ja du hast lange nicht mehr gesagt also bei dem anderen das Mikro so weißt du ich mach jetzt mal jetzt komm ich bin jetzt mal wieder vorne Flo bleibt hinten ich und Chris machen das jetzt einfach mal ich bin ne Fresse ich guck da hinten ja einer muss aber hinten bleiben du Honk ey du du pedeltrantes einzelermännchen du Alter du musst das driften ja wirklich richtig provozieren ja ist echt so aber das ist nicht schlimm doch sehr sogar das nervt mach ihn alleine ja ach Fick geht doch einfach mal nur auf Bremse und dann auch wieder auf Gas ja Fahrzeuge mit Amplem 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 x alter x und den Analogstich in die Gegend gesetzte Rüstung drück doch x einfach mal Amplem Jungs wir müssen langsam Tore machen sonst haben wir ein Problem aber ein gewaltiges weg da naja dann heißt es halt wieder wie man es nicht tun sollte ja genau ja vor allen Dingen wie man es nicht tun sollte wenn der Franky wenn der Anubis sagt ja wie man es nicht tun sollte wenn der Anubis sagt ich mach und dann denn trotzdem irgendeiner von euch unbedingt irgendwas rein springen muss Anubis ist down eine Stunde ganz frisch und wir haben verloren sei denn jetzt passiert ein Wunder na komm wer hat mich denn da gepusht alter wie vorher halt die Fresse ich weiß wie man Burnout spielt Burnout ist das ist ähm Need for Speed so jetzt mal raus damit der Lucas überleg mal Lukas muss braucht doch noch eine halbe Stunde wir brauchen noch eine halbe Stunde achso und machst du Burnout ums zu stoppen Toll jetzt muss ich mit dem Auto in die Lobby rein aber was ist los mit dir ne ne aber gerade eben echt der größte Fail von uns war ich sag zum Beispiel ich hab ihn und Chris springt dem Ball entgegen das waren vergebene Chancen ey naja naja war ja nur ein Tonunterschied äh also ich bin links ich bin links ich verteidige überlich hinten stand ja komm ja komm Chris erstmal hier nix da ich bin doch noch da hier roter Einsiedler krebs du Flo Deiner ja ja chill mal Bro naja ich würd's nur gesagt haben Steiner komm ja Broi meiner oder auch nicht Flo was machst du naja ich wüsste doch das jemand war ja nö aber ja vor allem hab ich lachs wie sonst also du kackst mich hier an alter Chris Deiner äh soll das Rennen schwer sein auch weg egal welcher Splasher das gerade war ne ey ich schwörs euch hier kriegt nur einen den in die Fresse connected Chris gut schön halt die Fresse ey wir sind hier nicht bei Agro Berlin Agro Berlin Gefallen dir war bitteschön ha 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 wo ist dein Was hat deine Mutter wieder nicht das gekocht, hat deine Mutter nicht das gekocht, was du Wollte? Ja, ja, oh! Ich habe ihn festgesetzt. Alter, allerernst? Du wie zum Thema, ich bin hinten! Hey, ich habe ihn noch geblockt, ich war hinten, ja. Ich war... Komm mal hier, ich und der Chris, und an der Osterhase, und jetzt besteigen die beiden sich. Ist schon wieder Paarungszeit, aber ich dachte, Chris hätte ein Weibchen gefunden. Naja, so wie ein Just Cause. Ich bin oben, zack, ich bin tot! So Just Cause? Was ist denn so schön? Just Cause ist was anderes. Loll! Sei in Ernst! Ich hätte ihn locker weggehauen, Alter! Das hätte nicht sein müssen! Nee, echt nicht! Und du fährst mal geradeaus, haben wir uns verstanden, Flo, Alter! Was denn geradeaus? Flo ist doch generell betrunken, ich mache ihn hier! Los, ich mache ihn! Wui! Wer die fände, ich bin nicht hinten! Das ist hinten! Weil der uns eh alle für unfähig hält. Wuhuhuhu! Belkin, Belkin! Nice! Wenn Flo, äh, wenn Chris und Alubius was machen, war aber Chris denn hinten? Na, ja, der war hinten und dann hat er wieder das Alpha-Männchen raushängen lassen, aber das war gut so! Und dann hat er Alpha-Männchen das getroffen? Ja, da hat er direkt eine Hand gekriegt! Und dann hab ich ja gelohnt! Hm! Wui, ich fliege! Und dann muss man sich penetrieren hier! Darf man sowas eigentlich sagen bei Youtube? Weiß ich nicht, ist egal! Da muss man sich penetrieren! Ich meine die zwölfjährigen, die kennen mich! Ja, ich bin die härteste Pornodarstellerin hier von allen! Ich mache alles mit! Wäre mal nett, wenn du den Ball in Ruhe lassen könntest! Wenn ich da bin, du Splasher! Ich bin die härteste Pornodarstellerin, ich mache alles mit! Ich spiele auf YouPorn mit Lego! Dude! Nope! Nice! Cepurino ist sehr gut! Jungen! Ja, Cepurino, Alter! Mit Loprino! Also die Auswahl der Kameraposition ist ja unglaublich! Ja, einmal Boden, einmal Komplett Auto! Ich mache nicht die Fans! Anubis macht! Anubis macht! Ja, Anubis macht! Du sagtest, ich mache nicht! Anubis macht! Nice! Huuu! Die geben jetzt aus! Guck mal, die ganze Zeit waren wir so hart an Kämpfen! Ja, nein! Und da kommt der Flo, Alter! Du musst dann mal... Ja, ihr zwei seid vorne! Jetzt waren wir so drei vorgezählt! Kommen jetzt mal alle drei gleichzeitig! Los, nach vorne, Chris! Ich habe berührt und wird jetzt sein Tor gewertet! Geht rein! Jo, Alter! Der war nice! Der war richtig! Mach das Ding jetzt dicht hier! Wenn ihr nur einen reinknippeln, haben sie immer noch Chance! Vor allem, guck mal, wie er abwartet einfach nur so, ne? Ich bin links! Ich mache! Jo! Rechts! Ah! Die Fels! Lief nicht so wie gedacht! Achtung! Der geht auch mit! Erstmal weg damit! Nein, nein! Ich und Schäppi! Ich und Schäppi! Ich und Schäppi! Du verdreh mich schon wieder hier! Und wir haben gewonnen! Junge, deine Beine verdreht! Ne, die Beine sind breit! Ja, Mann! Nächste Runde! Meine Füße haben gekifft! Klein weiter! Klein weiter! Ihr habt Ion Blau bekommen! Wuuuuh! Aber er hat gelaptet! Epileptischu! Uh, Kleiner! Tor klar! Greifelfinger! Greifelfinger! Spin right round right round! Ihr versaut wirklich jedes Video, ne? Warum hast du jetzt geliebt? Nein! Äh, man muss ja so oft wie möglich irgendwelche... Warum hast du geliebt? Ich hab nicht geliebt! Die Suche läuft! Es ist scheißegal, ob du überhaupt nie bist! Und so! Ja, du kannst ruhig ins Hauptmenü gehen! Das ist nicht das Thema! Suche läuft weiter! Ja! Ne, aber ich mein, so kriegst du ja heutzutage die meisten Klicks, äh, wenn man hier Whatsapp mit MrTrashpack gesehen hat, weiß das ja! Ja! Ne, der hat ja auch gesagt... Ne, der hat ja auch gesagt... Und, äh, bei ebay kriegst du mal 50 Klicks oder so ne Scheiße! Ja, ja! Ich will nicht sterben! Ich bin hinten! Ich mach nicht! Ist schon klar, ich bin hinten! So ganz hinten! Ich meinte den Torschuss, Junge! Ui! Ja! Und ich verpasst den 100 Tag! Du willst ihn raus und so! Ui! Was war denn das jetzt? Richtig, aber... Ich geh nicht drauf! Du bist der Einzelste, der vorne war! Ja, ich hatte aber auch einen Lack! Ja! Wie langgesehen hatte! Pass dir den PC an, ne? Richtig! Die Hannelore ist schon wieder! Wii! Bin unter den beiden durch! Bin unter den beiden durch! Einfach mal durch da! Ja! Wohl dir! Flo! Was denn? Kannst du keine Namen lesen, du! Kannst du keine Namen lesen, du! Kannst du keine Namen lesen, du! Kannst du nicht lesen? Hallo Flo! Ja! Mein Gott! Wenn ich wegschubst werde! Deswegen sollst du ja aufpassen! Hinten war keiner! Es war keiner hinten! Winter is coming! Wer nennt sich bitte so? Ja! Ja! Komm doch! Da kommt doch der Winter! Haha! Wenn der noch gegen die Latte gefallen wäre, ne? Hm! In Mitte! Ja! 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 Sehr schön! Oder auch nicht! Flo! Flo! Komm! Mach mir den Liv Floyd! Ja! Ja! Und er holt ihn wieder an die Seite! Was soll denn das nur? Was denn? Gegen Bande spielen ist doch gut! Ja! Aber nicht an unser Tor! Nein! Aber trotzdem! Die musst du! Ja! Du hast einfach keine Ahnung! Jetzt drängen die mich schon wieder weg, weißt du! Also wir wissen ganz genau wer gut von uns ist! Ja! Besser! Ich will Barrel roll! Hörrraa! Ah! Ich hasse das! Ich fahr firmly an Flo vorbei, trotzdem krieg ich erstmal hier den übelsten Glück! Ja! Mal rumzuleggen! Das bist doch du! Olegs! nicht mit einer 130er leitung alter ja und trotzdem mit dem team fliege ablägen na lass mir mal gedanken machen du vielleicht doch noch 130k du ziehst uns einfach nur alle runter mit deiner mit deinem lab das liegt doch nicht mal an meinem internet an meinem auch nicht soll denn das habe ich mir jetzt auch gefragt Alter du ziehst den Ball ach mach mir doch nicht hier modern talking alter nur lacht du Achtung warum es Floh endlich schon wieder vorne wenn ich du Osterhase Oh ja Floh pass auf bitte nur ich bin doch da ach Scheiße Bitte sehr. Kein Ding, man. Ach, nee. Wir müssen uns ein bisschen ranhalten, Leute. Flo? Das willst du gegen so ein Bein machen? Springen nicht rum? Ich hatte keins. Wie denn, wenn mir von euch alles gestillt wird? Da ist schon eine ganze Reihe vor dir. Ja, genau. Ich mache erst mal einen riesen Boden, Alter. Tschüss. Okay, wir machen es jetzt einfach mal wie bei den random Gamefacts und alle einfach drauf. Ändern können wir eh nichts mehr. Großartig. Macht er sich selber. Richtig. Nein! Dieser behinderte Lulatsch. Echt! Ja! Du kannst nur sagen, was du willst, aber der erste von denen, der ist die so am Carrying. Welcher hier denn mit den komischen Zeichen? Oder der Macaroon? Ne, Macaroon. Pray for Parrot. Meinst du, der hat was an? Geh vor. Ne, ne, der Carried halt. Nice. Kommt erst mal so ein Ball so direkt rein. Ja, hätte noch, wäre noch drin gewesen. Locker. Das war aber ein Pause machen. Egal, komm weiter, 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 weiter. Gebt keine Müdigkeit vorsetzen. Dadurch werden wir besser. Und die Kg werdenortionen. Besucher auf etwa alle einer das Schwierigkeit vor. Schmuck denn, du kommst gryz. Du? Auf einmal n coupled dollzu. Schmuck denn, du und ne? Geht صaru Christensen. Vier. Und hsprst. Du!